Stufe 10 Es erwacht Autsch Ach, er ist auch in der Falle Okay, dann, äh, ja Das ist ja ein geiler Perk Vorwarnung Du hast die unbestreitbare Fähigkeit Gefahr zu spüren Erhalte eine hörbare Warnung Wenn du innerhalb einer Reichweite von 36 Metern In einem 45 Grad Kegel In die Richtung des Killers schaust Je nach Aktivierung Ach, den muss ich auch noch aktivieren Das ist auch geil Entfesselt das Potenzial der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit Während du am Haken hängst Werden allen anderen Überlebenden Alle Auren der Überlebenden angezeigt Hallo Mikasch und danke für deinen Poemster Oh, den muss ich unbedingt reinnehmen Erfolgszonen sind größer Wollen wir noch eine Runde Oder Eine können wir von mir aus noch Ja, wenn du Zeit und Lust hast Ja, dann machen wir doch noch eine Dann mach ich mal hier Ich bin bereit Kuchen, Kuchen, Eichenholz Oh, okay Und das Eichenholz war vom Killer Gegen die Jägerin spielen Okay Oh, okay Die Jägerin kann Überlebende mit ihren Beilen Aus einiger Entfernung treffen Achte auf ihr Summen Um sie zu entdecken Bevor sie dich entdeckt Oh, das klingt so nach Die kann Äxte werfen Und du hörst halt Ja, also fast überall auf der Map So ein Lied, sag ich mal Okay Und der Chat sagt Oh, die Jägerin ist toll Ja, ihr seid auch toll Ah, relativ Legt euch gehackt Ja, so bei der Jägerin Ich sag mal auch Ist zickzacklaufen Theoretisch eine gute Idee Okay Ich versuch's mir zu merken Theoretisch kann sie mit Wenn sie Add-ons dabei hat Auch One-Shot-Exte Also dann brauchst du dich Mit einer Axt nur treffen Und dann fällst du um Und musst sie nicht zweimal treffen Gibt's auch Das Add-on Okay Für die Jägerin Und wir sind Gedenken zu tun Ach du schlicht Ihre Anstalt Ja, danke auch Ja, da geh ich hin Warum hab ich hier Aber ich hör die Musik Ja, dieses Das ist von der Jägerin Oh, das ist noch nicht der Terrorradius Da hinten ist sie Oh Ja, sie läuft aber in eine andere Richtung Sehr schön Dann kriegen wir auch in die andere Aber nichtsdestotrotz Hoffentlich lieber hier irgendwo lang Auf der Suche nach so einem verkackten Gin Ich auch Ich mein, wir waren hier vorhin schon einmal Ja, die sind immer woanders Also es gibt feste Spawns Aber halt mehr als Ich weiß gar nicht Zehn oder wie viel Spawn Ich weiß nicht Nee, fünf, sechs, sieben Sieben Gents sind glaube ich immer Auf einer Shit Irgendwo Irgendwo kommt sie Er geht in den Schrank Ja Die ist ja hier irgendwo Das Lied heißt ja Dass sie in der Nähe ist Ja, aber Das ist ein erweiterter Terrorradius Ja Also wenn du das Herz klopfen hast Dann ist sie in der Nähe Ja, na klar Jetzt zum Beispiel Sie will ja nur ihren Hasen zeigen Ja, ist schön Ich will ihren Hasen aber nicht sehen Oh, da ist sie Ja Warum kommt sie denn von der Seite, Mann? Wo bist denn du? Oh Gott, ich sehe sie Lauf weg Du läufst weg Das ist schön Dann komme ich jetzt raus Und mache deinen Dings weiter Ja Wenn ich ihn finde Ich habe ihn doch eben gehört Da ist der Generator Aber der läuft schon, ne? Nee Oh shit Oh shit Sie kommt hierher Okay Elfte habe ich Ach Wieso Hallo Wieso zieht er denn die Palette nicht? Mh Hol dich gleich Wenn ich den Gen fertig habe Oh ja Shit Die machen jetzt auch den Sinn Erstmal filmen Will ich denk dich mal Mein Generator ist explodiert Das heißt, sie wird gleich kommen Oh Oh, oh, oh Könnte scheiße die gewesen sein Oh, Strade Oh Hallo Hallo Weißt du mich noch? Ja Ich habe Äh, ich dann Okay Ja, du bist abgehakt Oh Gott Ich werde da Gesetzt hier beim Laufen Ich kann gerade Ah, ätzend So, ich glaube Schulle ist weg Internet-technisch Äh, weiß ich nicht Kommt auch rein Ah, ja Jetzt höre ich dich wieder Ja Okay Zeitlang habe ich aber nichts von dir gehört Deswegen Ja, ich bin gerade hinter dir Oder bist du das? Ja Kann sein Dann heim ich mal kurz hoch Ja, komm mal hier hinter den Schreibtisch So Ah, ja, mein Spiel müsste jetzt auch wieder laufen Ne Kacke Ja, Mika, du sagst sie so ein Pech Mann Autsch Warum kommt das so oft hintereinander? Drex Biss Kacke Oh, das ist Kacke Ne Achso, ich bin geil Okay Biss Kacke Okay, sie rennt weg Ne, doch nicht Oh, das ist ja ein Schrank Oh Gott, ist das schreckliche Mucke, ey Oh, Alter, mir geht gerade recht Echte, echt die Bombe Okay Okay Oh Okay Okay, die Sumpfhexe-Schmerzer kenne ich noch nicht Macht Generator, ja, entspann dich Richtig Chill deine Eiers, Mann Oder halt ihn da erstmal hoch Ich geh schon mal an den Dings wir haben ein bisschen mehr als die hälfte auch doch nicht weg man ist der andere abgehauen weil bei mir der generator explodiert ist pfeife sie kommt zu euch shit ist hinter mir Doch nicht mehr. Da war sie. Ich glaub sie kommt. Lauf, 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 lauf. Oh, sie hat anscheinend keine Wurfwechsel mehr, das ist gut. Okay. Sie hat sie nämlich nur nachladen, wenn sie am Schrank geht. Feuere ich mal den Jinn hier durch, hoffe ich. Aber ich glaub ich hab sie abgehängt. Sie war gerade bei dem anderen. Oh. Klapper, große Arten. Oh shit, oh shit. Die Lungen fettig. Komm, komm, komm. Oh, das Basement. Der Dreck. Okay, sie hat Echse nachgeladen. Wie weit seid ihr da? Sie kommt zu uns, sie kommt. Ne, Donnie, sie tritt hier irgendwas. Sie kommt. Ne, Donnie, sie geht hoch. Sie geht hoch. Sie kommt wieder runter, sie kommt da rum. Oh, jetzt. Was ist denn hierher? Aber klar. Blöde Fuuuuut. Oh Gott. Da geht's runter. Oh, die mir eine verpoolt jetzt. Mal lecken. Mich in die Fresse geschissen. Ja, lass mich mal liegen. Ups. Ich weiß nicht, wo sie hingeht. Aber sie hat mich liegen lassen. Ja, die kann man nicht mal. Und sie ist auch weg. Also ich hab nur noch ganz leise die Melodie. Also ich kann mich wieder hochhalten. Ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Danach brauchst du Hilfe. Warte, ich mach gleich weiter. Okay. Okay, der ist tot. Gracias. Mach den tot denn irgendwie. Hier war irgendwo ein Jen. Ja, hier bei mir. Hier einmal heilen. Ich bin am Jen. Sie kommt. hinter mir her. Okay. Jetzt keine Palette. Sie dreht wieder um. Ja. Sie hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie mich findet. Ich glaub nicht. Hier ist auch keine Palette, oder? Ja. Ich hör noch die Musik. Ich hör noch die Musik. Aber ich hab keinen Herzschlag. Das heißt, sie ist weit in meiner Nähe. Aber... Richtig. Also bei mir ist grad gar nichts. Aber jetzt hab ich... Ist hinter dir hier, glaub ich? Irgendjemand jagt sie grad. Also mich nicht. Ja. Das siehst du auch links im Bild. Diese sich bewegenden Szene, sag ich mal. Rechts und links. Das ist derjenige, der grad verfolgt wird. Dann dieser Geek. Oder der, der halt jetzt einen Treffer passiert hat. Hm. Okay. Dann geh ich mal wieder zurück zu dem Jen. Und diese großen Szene, sag ich mal, um dein Portrait rum zum Beispiel. Das heißt, du bist die Obsession. Mhm. Es gibt bestimmte Perks, die geben... Was weiß ich. Dann kriegt der Killer nen Buff, wenn er die Obsession zum Beispiel trifft. Oh shit. Und sie hat nen Drecksperk dabei. Oh shit, da ist sie. Lock sie bitte nicht zu mir. Ne, sie ist nicht hinter mir. Oh, sie hat sich die Echse geholt. Okay. So, Generator. Oh, sie ist grad hinter mir her. Okay. Wie viel brauchen wir noch? Einen, ne? Steht da unten. Ja. Sie haut ab. Okay. Geht wahrscheinlich den anderen aufheben. Ich bin weit von dem anderen weg. Ich guck mal, ob ich hier noch nen Generator finde. Also bei mir... Ja, ich bin gerade an einem. Er ist aber bei 50, er. Besser als einen, wenn ich jetzt einen finde, der bei 0 ist. Die Frage ist... Ah, aber... Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ah, ich sehe dich. Ungefähr in der Nähe, wo er aufgehängt wurde. Ja, ich sehe dich. Geht wieder nach. Ich versuch mal zu dir zu kommen, aber sie kommt in deine Richtung. Jep. Ah, sie tritt den Djinn. Ich geh zum Abhoch. Alter. Die macht mich fertig, die... Oh, sie kommt wieder. Sie ist wieder hier bei uns. Okay. Ich bin gerade irgendwo in einem Schrank. Jetzt lacht sie auch noch. Das ist hier nicht ganz dicht. Oh shit. Okay. Die Palette macht sie kaputt. Hier ist noch eine Palette. Ich wüsste, wo ihr seid. Dann kann ich noch weiter. Kannst du direkt ab? Kannst du jetzt zu dem Generator gehen, wo du warst? Ey, hallo. Jetzt lass dich doch mal... Wer ist denn das hier? Das ist doch mal Heilen-Geek. Wer ist das? Ja, oder so. Fuck. Haha, das hat sie mitgekriegt, glaube ich. Du warst im Schrank. Ja. Scheiße. Also wenn der Kinder hinter dir ist, das hört er in der Regel. Der war nicht hinter mir, aber... Ich hatte sie gehört, aber... Naja, gar nicht. Echt? Ich hänge. Oh na, du hängst zum ersten Mal von da her. Ja, geht's noch. Jetzt kommt sie wieder her hier. Okay, siehst du hinter dem anderen her, wie es aussieht. Ja, das kann sein. Du bist am Jen da hinten. Ich bin da hinten, ja. Okay. Ich glaube, der andere will grad zu mir. Ich glaube, wir versuchen einen Abwurf. Jep. Wir haben das geschafft. Wir hatten die Hand, was das verkackt. Keine Ahnung. Ist das so weit weg? Wo bist du? Ah, hier. Äh... Lass den Generator machen, komm. Auf geschissen. Oh, Moment. Oh, sie kommt. Oder? Ja. Was da ist es? Abschleifend Jen machen? Ah, noch nicht. So. Und Abangente. Na, Brander. Da geht gar nicht. Ja, das geht nur von drei bis maximal vier Seiten und eine Seite ist die Spendflopplik. Kommt? Ja. Natürlich ich. Schussfisch. Jetzt rennt sie... Da will ich mir rennen. Ja. Sind dann hier. Ah, diese scheiße Körper. Oh. 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 Sie hat wieder nachgeladen. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob sie dich holen will oder nicht. Nee, nee, nee. Na, ich liege nicht. Hast du, dass der andere? Ich bin am Jen hier. Jetzt nimmst du den anderen aus. Was ist denn der Jen? Äh... Hinter dir. Hinter die andere Richtung. Ja, hier, ja. Ja, genau, genau. Nee, jetzt rechts. Ah, da. Pass auf, sie kommt zu dir. Ah, da. Hier wird die Jen es an. Sehr schön. Jagt sie dich? Ja. Ja, ich hole ihr... Ich hocke ihn ab, so. Ich mach Tür auf. Also ich versuch's. Er hat sein Hitchink passiert. Das kommt gar nicht mal so verkehrt, ey. Aber ich glaub, sie kommt zu mir. Oder? Doch nicht. Was die ist, ich weiß nicht, wo die ausgehen sind, Schatz. Da, wo du warst, ist mich in der Nähe. Okay. Oh. Warte, das war jetzt dumm. Ah, shit, er ist dead on hook. Oh. 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 Das war grad irgendwo neben mir, hat auch munitioniert. Bist du am Haken, oder was? Nee. Ich bin bei euch in der Nähe. Ist da auch der Ausgang? Ja. Ich glaub, ich geh raus. Das ist das einzige, was ich noch machen kann. Oder auch nicht. Fuck. Jetzt hat sie mich noch kurz vorm Ende, ey. Das kann doch nicht angehen. Nein! Was? Ich konnte die Palette nicht ziehen. Leckt mich. So eine Kacke. Dann wären wir alle, dann wäre er freigekommen. So eine Scheiße. Ich wollt grad noch laufen, aber... Oh, ich hab's verkackt. Einer von uns kommt frei, Junge. Krieg! Einer schafft es. Okay. Junge, ich mag's nicht. Also, du kannst jetzt nur noch versuchen... Ich muss freien. Ach nee, du bist in der zweite Phase. Ja. Aber der Geek hat's geschafft. Der hat sich freigewickelt. Okay. Das ist hart. Der soll einfach auflaufen. Oh shit! Gleich holst du mich. Nein! Hol mich nicht! Nein! Nein! Oh, du Schlampe. Nein! Das habe ich nicht verdient. Voll in die Fresse. So. So. Das habe ich jetzt nicht verdient, finde ich. Oh, hätte das mit der Palette am Ende geklappt. Das wäre so schön gewesen. Ja, manchmal ist es ärgerlich, ne? Da haben wir eigentlich so gut durchgezogen und dann am Ende... Näääh. Aber das Ding ist halt auch, wenn der Killer grad einen auf der Schulter hat und dann von einer Palette getroffen wird, dann lässt er denjenigen wieder fallen. Ja. Genauso, wenn er von einer Dingens, von einer Taschenlampe hier geblendet wird, zum Beispiel. So, wir verlassen. Bis zum nächsten Mal.